Gehen? Ja, hab ich auch gemacht. Er nimmt doch die Leute fest. Ey, was will man denn jetzt sagen? Hm. So, noch ein bisschen. Ja. Geht bei ihr gerade auch nicht so viel? Doch, einiges, aber ich habe, glaube ich, bald wieder keinen Strom. Das ist die Scheife. Das ist nämlich gerade die Kacke. Fuck yes, 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 yes. Ja. Kann ich ja auch noch Industrie bauen? Stimmt, ja. Das ist nämlich gerade die Kacke, ey. Was? Das ist jetzt zu schön. Klassenzimmer sind voll, willst du mich verarschen? Oha. Alter. So. Jetzt habe ich 950. Oh, ich habe 1.220 Schüler. Alter. Alter. Ach, die Schule muss ich auch noch bauen. Ich habe dich doch vergessen. Jetzt ist es total verdrängt. Scheiße. Ich habe bloß 7000. Meine Einwohner werden immer weniger gerade. Ich habe schon bessere Häuser, ey. Jaaa, lach nicht, Alter. Ich lach nicht. Mann, ey. Na los, Grundschule. Lernen denen das fürchten. Alter, ich muss hier was bauen, ja. Jetzt habe ich auch eine Schule gebaut. Eine allererste Schule. Und eine Gefängniszelle baue ich jetzt erstmal. So. Können nämlich auch eingebuchtet werden, ey. Müllhalde. Wie sieht es aus? Müllscherbrennung. Luftverschmutzung hoch. Ja, das ist scheiße. Mal sehen, wie viele Schüler ich habe. So. Machen wir mal eine Verbrechenswelle. Oha. So, stellen wir mal schon mal, hä? Nö, ich guck grad hier, ja. So. So. Meine Schule ist das gebaut und bei mir kommen die ersten großen Häuser. Na endlich. Yes, man. Ja, man. Und das ist nur ein Ding der Schule? Also bei mir kommen grad richtig große Hohen Häuser jetzt alle, Alter. Wie viel kommen jetzt gerade? Wie viele hohe Häuser? Geil, Alter. Klarig, Mann. Hier reichen Leute, Team, wieder bei mir ein. Und zwar bei den großen Häusern jetzt. Okay. Alter, ich krieg grad richtig wieder gute Häuser, richtig gute Häuser hier. Meine Einwohnerzahl steigt schon nicht. Ich krieg mal ein Feuer oder was. Wo brennst. For sale. Überall nur for sale. Jawoll, die reichen Leute kommen wieder. Ich krieg immer weniger Einwohner gerade. Weil die alle zu verkaufen sind hier. Geiles Haus. Jetzt krieg ich mehr Einwohner. Oh, meine Klassen sind überfüllt. Ah, hast du auch eine Schule gebaut jetzt schon, oder was? Ja. Ja. 160, 161 Studenten bis jetzt schon, also Schüler, ne? Studenten? Achso, ich dachte schon. Schüler. Und dann hier ist ein Stau. Man muss ja auch was für die Jugend tun, ne? Juden? Jugend. Krass, ich hab Jugend verstanden. Ich dachte schon, was jetzt los ist, ne? Alter, bei mir kommen gerade die richtig großen Häuser jetzt alle an. Ja, bei mir auch jetzt gerade. Aber ich muss nur an der Straße und alle... Irgendwie irgendwelche Schulbauer kommen die großen Häuser. Warum? Ja, weil die Leute auch schlauer werden in dem Sinne, weißt du. War richtig geil, ja. Schlauer. Ja. Braat Strom. Oha. Statt braucht Strom, ja. Boat Strom? Oh, Scheiße. Ich brauche nicht nur Strom. Wo ist das einfach? Was? Wo, wo, wo? Overlapping, Overlapping, Overlapping. bau die große jawoll boah scheiße auf was gehst du jetzt auf was gehst du jetzt er selbst einwohner einwohner teil steigt stetig gerade das ist das beste wenn ich nicht echt nicht erz kraftwerk aber erztings abbaudings was hast du denn ich habe nur erz was ist damit der schule 20 gestern noch gemacht zehn schulbosse ich mache aber trotzdem noch einmal von der polizei ich kann eine große polizei bauen schon als kleine polizei ich weiß wenn ich den brunnen soll ach da kommt kommen sie mal hierhin hr oder stehen leute 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 Oh, 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 oh. Oh, ich will abbeißen. Ja, mir nicht! Ja, wenn ich das nicht abbeiß, dann ein Bei mir sind irgendwie drei Häuser irgendwas... Ach, hier drinnen. Also meine Industrie wächst auch langsam mit der Zeit immer mehr und immer mehr. Zum Problem... Zu wenig Abnehmer. Ich hab zu wenig Leute, die hier wohnen. Ich hab zu wenig... ...zu wenig gerade hier. Ich hab immer noch 11.000 Einwohner, noch so. Ja, alle so glücklich soweit? Die in this the real happiness wächst gerade wieder. Der Rest ist immer was los. Ja, man muss immer was tun, ne? Ja, man kann nicht mal so ne Sekunde also weggucken, ne? Ja. Bei mir ist auch gerade wieder irgendwas kaputt. Gar nicht, wo? Ach, da! So. Da muss ich, da muss ich jetzt tun, da muss ich jetzt... Warte mal eben, was fehlt denn überhaupt? So, das fehlt. Da können wir auch hier noch ein bisschen was bauen. Da... ...die Polizei ist auch gebaut. Ach, die ist auf, gut. Fünf Tote pro Tag. Ja. Hast du jetzt gerade? Ja. Oh, oh, die Musik ist so trügerisch gerade bei mir. Als ob gleich irgendwas passiert. Ja, ich kann die Bürgermeister Welle bauen. Wo gebe ich DAAA in Kiese.. Oho... Zombies... Oh Nöö... Warum bekrie ich jetzt ZOMBIES...? Das ist, mit dem Scheiß... Warum bekomme ich jetzt fucking Zombies? Ja, keine Ahnung... Heaktiv details 결ze Ja, ist ja scheiße, ne? Shit, ey. Wo sind die Zombies? Alter. Ey, meine Leute werden so wenig jetzt... Die klauen den Leute dann alles kaputt. Super. Super. Top. Wo sind die Zombies? Ich brauche nicht mehr, ich brauche nur 64.000. Ich brauche nur nichts, Schatz. Ja, dann. Komm, Papa gibt einen aus. So, jetzt habe ich vier von vier. Das ist groß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das habe ich, glaube ich, wieder gerade gegriffen bekommen. Doch nicht, nein. Warum sind noch verstopfte Bohre, ey? Ne kacke jetzt für dich, glaube ich, ne? Das ist... So, jetzt kriege ich die Kläranlagen, die hier ist. So, und jetzt kommt bei mir hier die... ...neue... ...große Busflotte. ...die wächst. Damit der Verkehr bei mir auch ein bisschen besser fließen fangen jetzt. Jetzt habe ich eine Kläranlage, das geht doch. Super, die ersten Busse fahren schon. Hast du erst die Busse oder was jetzt? Ja, ich habe jetzt Busse genommen, weil... ...mein Verkehr ist da. Ich suche Zombies, ey. Oh. Sind die weg? Alter, doch, die sieht man hier. Krass. Ich habe gerade geschossen auf die. Alter. Die haben bei dir alle Waffen? Na ja, die Polizei. Alter, die haben hier so viele Leute, die haben hier fast 6.000 Leute weggefressen. Scheiße. Jetzt sind bei mir aus 8 Häuser kaputt. Ich darf jetzt 8 Häuser abreißen. Oh, die müssen sich alle abreißen. Shit, ey. Alter, wie viele Häuser sind das denn? Alter. Sehr wie viele Häuser, ey. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon siehst, aber ich glaube, das ist dann halt später halt. ... ... ... Alter, das machst du mir den ganzen Start, ey. Oh, du Arme. Ey, ohne Scheiß, ich krieg immer die krassen Dinger hier. Ich könnte k Aku, du krieg immer her. Häeah, ich krieg nie Wasser irgendwie. hö hö, die krieg nie Wasser irgendwie. Hast du ne Solala gebaut? Ja. Ja. Ich seh ihn noch nicht gerade. Machst du warten, glaub ich. So, ey. Alter Falter. Bei dir ist es nämlich gerade rot. Was rot? Hier steht bei dir, äh, beim Button rot. Bei dir. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Also es war halt, weil die ganzen Zombies halt meine ganzen Leute aufgefressen haben. Ach, shit. Das ist das Kacke, ne? Aber jetzt geht's, ja. Das kam ja, kam es vielleicht als Meldung, oder was? Ja, ohne. Ja, es ist immer, wenn es eine Katastrophe ist, wird es hier oben angezeigt. Ja, so, ähm, Breaking Now oder Breaking News, ne? Ja, also bei dir ist ja auf Englisch, kommt das alles auf Deutsch. Ja, auf Englisch, leider. Äh, ist doch egal. Aber ich kann spielen eigentlich, also ich bin zufrieden. Also eben, wir haben eine kurze Verspätung. 38 Minuten. Müssen die warten. Puh. Na ganz gut. Riders pro Takt 319. Kommt halt alle zu mir, Leute. Äh. Da habt ihr ja ein gutes Infrastruktur-System. Ja, ja. Aber mir ist auch gerade der Stau gerade extrem scheiße. Ja. Scheiße. Ja. Ich zahl gerade alles zurück. Hier reichen können mal 11 Produzahlen hier. Oh, hier ist gerade der im Stau, ey. Na komm, mehr zahlen hier. Ich brauche Kohle. Oh mein Strom ist nicht da. Ja. Ein paar Leute haben keinen Strom hier. Alter! Was ist das? Ich habe kaum Strom. Herzlichen Glückwunsche. Ich mache Überschuss, aber die hier oben kriegen alle keinen Strom. Ah, da kommt ein... Jawoll, da kommt hier so eine... Google hin. Okay. Dann muss ich es auch noch ausbauen, damit es ein bisschen besser wird. Ja. Ich glaube, ich brauche noch ein Stromwerk. Und zwar... Oh, der ist ein bisschen groß. Oh, der ist groß. Oh, der ist groß. Oh, der ist groß. Ja. Ja, sehr schön. Mein Problem ist weg. Sehr geil. Ja, und die verbessern sich schon wieder. Hier, Leute. Sehr geil! Aufbauen. Ich verdiene 7400 pro Stunde. Ja. Ich... Okay, irgendwas mit 5.000.